Heute möchte ich gerne mit dir teilen, warum du mit mir arbeiten solltest, also welchen Nutzen du hast. Und ja, es geht darum, dein erfüllendes Liebesleben wieder zu beleben und wieder von ihr begehrt zu werden. Also Punkt Nummer 1, du weißt endlich, was zu tun ist und fühlst dich nicht mehr ohnmächtig, weil du deiner Partnerin jetzt keine Schuld mehr gibst, sondern konkrete Ideen hast, was dein Part ist und was du tun kannst. Punkt Nummer 2, du hast Ahnung davon, was deine Frau tatsächlich braucht und wie du ihr eben das geben kannst. Stichwort Sicherheit, das Setting und so weiter. Und Punkt Nummer 3, klar, es geht auch darum, dass du halt ein erfüllendes Liebesleben dann ja auch wieder umsetzen kannst und wieder leben kannst. Sprich, den Kontakt zu ihr wiederherstellst und wieder mit ihr diesen Spaß und die Freude hast, wie du es eben vielleicht zu Beginn der Beziehung hattest. Also, melde dich gerne bei mir zum kostenlosen Liebesleben.